Im Wort Aufklärung steckt die Bedeutung der Erleuchtung und Erhellung. Der Mensch soll sich seines Verstandes bedienen und die Religion muss eine Vernunftreligion ohne Wunder und Offenbarung werden oder ganz verschwinden. Ein neues Bild von Mensch und Staat drängte nach einer Reformation der Gesellschaft. Humanität, Freiheit, Menschenrechte und Gewaltenteilung waren die Stichworte, die man in Frankreich radikal diskutierte und die auch zu den Beweggründen für die Französische Revolution von 1789 zählten. Der berühmteste aufklärerische Schriftsteller Voltaire kämpfte gegen die autoritäre Herrschaft und die katholische Kirche. Für die Verbreitung wissenschaftlicher Errungenschaften sorgte vor allem die Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert. Die Fortschritte in den Naturwissenschaften und der Technik ließen materialistische Systeme entstehen. La Métrie beispielsweise sah einem Menschen nichts anderes als eine Maschine. Als Höhepunkt der Aufklärung gelten Jean-Jacques Rousseau und die von ihm inspirierte Parole Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in der Französischen Revolution. Rousseau wurde 1712 in Genf geboren. Seine Mutter starb bei seiner Geburt. Er wuchs beim Vater auf, der in ihm die Liebe zur Natur und zur Literatur weckte. Seinen Lebensunterhalt verdiente Rousseau durch Privatunterricht, Transkription von Musik und durch seine Schriften. Er verfügte nur über ein bescheidenes Auskommen, weswegen er seine fünf Kinder zur Erziehung in ein öffentliches Waisenheim geben musste. Mit der Losung Zurück zur Natur protestierte Rousseau gegen das aufziehende, als kalt und nüchtern empfundene Wissenschafts- und Industriezeitalter. Der Mensch im freien Naturzustand. Für Rousseau mehr als nur ein staatstheoretisches Konstrukt, sei gut, frei, selbstliegend und mitleidig. Erst Kultur, Bildung von Privateigentum und Arbeitsteilung lassen aus den natürlichen Unterschieden der Menschen gesellschaftliche Schranken entstehen, die zur Unterdrückung und zu Krieg führen. Der Staat und das Gesetz verschärfen durch den Schutz des Privateigentums die Kluft zwischen Arm und Reich. Rousseau schwebte ein neuer Gesellschaftsvertrag vor, dem die Volkssouveränität entspringt. Die Exekutive setzt dann die in Volksversammlungen erlassenen Gesetze um. Alle Bürger sollen nach Recht und Vermögen gleich sein. Rousseaus Buch, der Gesellschaftsvertrag, wurde ebenso wie sein Roman Emil in Paris auf den Index gesetzt und in seiner Geburtsstadt Genf verbrannt. Emil ist das wichtigste Werk der frühen Reformpädagogik. Unser Modell zeigt eine Illustration aus dem Erziehungsroman. Das Werk beschreibt in fünf Büchern Emils Erziehung vom Säugling bis hin zum Erwachsenenalter. Das Kind soll sich viel in der Natur aufhalten und mit allen Sinnen eigene Erfahrungen sammeln. Von den Erziehern als Vorbilder soll es ohne jede Indoktrination lernen. Theoretisches Wissen wird ihm erst mit 18 Jahren vermittelt. Nachdem Emil mehrere Handwerke kennengelernt hat, anhand des eigenen Umfelds in moralische Fragen eingewiesen und auf seine Rolle in der Ehe vorbereitet wurde, geht er auf Weltreise. Auf ihr eignet er sich das notwendige politische Wissen an, um eine Rolle als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft einzunehmen. Bescheidung ist das nicht so, dass er sich nicht mehr auf dem Boden hat, was wir als Vorbilder Excellent. Die Frage ist uns für die Rolle als Vorbilder und die Erziehungsroman.